Ich möchte euch vorwarnen, die nächsten 7 Minuten Videos sind totaler Schwachsinn und wer nicht ganz verblöden will, sollte besser abschalten. Bam! Hallo Jungs, hier ist der Max und heute ist es Zeit für die ultimative Noobklasse. Mein Team war so unglaublich schlecht, so unglaublich schlecht, ihr hattet noch nie so ein unglaublich schlechtes Team. Also wenn es was, wenn es eine Steigerung von schlecht gäbe, dann schlechter, am schlechtesten danach kommt mein Team. Das ist ganz unten irgendwo, das ist noch unter dem Bodensatz, das ist, ich kann es nicht beschreiben. Ich musste auf diese Noobklasse switchen, es blieb mir überhaupt keine andere Möglichkeit über. Ich habe es vorher versucht in diesem Spiel mit anderen Waffen, es war einfach unspielbar, unschaffbar, sonst was. Ich schäme mich jetzt schon dafür, dass ich dieses Video überhaupt uploade. Boah, es ist so schlimm, es ist so schlimm. Ich kann es mir gar nicht mit angucken. Ich muss es mir angucken, dass ich weiß, wie lange das Video geht. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Das ist schlimm. Ich habe jetzt ein Auge zugepetzt schon, dass ich es mir nicht angucken muss. Das ist ganz grausam. Ich werde am Ende sogar noch ab und an mal verrecken. Allein schon, weil ich einfach das Score Limit noch erreichen wollte. Und dass eine Minute vor Schluss immer noch 200 Punkte weg war. Die Gegner sind Noobs. Mein Tipps sind noch größere Noobs. Dieses Video steht unter dem Motto Noobs zerstört bei größter Noob-Klasse, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und hoffen wir doch, Jungs, hoffen wir und natürlich Mädels, dass es so eine Klasse in Black Ops nicht gibt, dass es so eine Klasse nie wieder geben wird. Für alle, die es noch nicht sich hier haben ableiten können, was ich spiele. Mit der MP40, Extended Mag, Bomb Squad, Juggernaut, ja der beliebte Juggernaut. Und natürlich für besseres Hüftfeuer, für besseres Pray and Pray, natürlich Steady Aim. Ich wurde dazu angehalten, doch mehr deutsche Wörter zu verwenden in meinen Kommentaren. Ja, ich werde es mal versuchen. Ab jetzt sage ich kein englisches Wort mehr. Das ist schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu kommentieren soll. Ja, ich schleiche jetzt hier halt mal so ein bisschen rum. Und mache hier mal so ein bisschen zweifach Hüftfeuer. Oh nein, ich darf es nicht sagen, ich darf es nicht sagen, ich darf es nicht sagen. Nein, 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 alles auf Deutsch. Dual Hüftfeuer. Ja, da rennt er. Also im Ernst, ich meine, MP40, was heißt das jetzt, was könnte ich sagen? MP40, was heißt Gameplay, WTF. Ich kann es einfach nicht auf rein Deutsch. Egal, egal, ab jetzt kein englisches Wort mehr. Scheiße. Scheiße. Ja, sehr schönes Hüftfeuer aus der Maschinenpistole 40. Und hier über Kimme und Korn geschaut mit der Maschinenpistole 40. Und da liegt er. Und da stirbt er. Ich mache mir nicht mal die Mühe, das ein Messer zu zücken. Der wird einfach aus der Hüfte erledigt. Ich muss jetzt irgendwas sagen. Hoffen wir, dass bei, äh, darf ich Spielnamen wenigstens auf Englisch sagen? Also ich meine, was heißt denn das auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Schwarzes Einsatzkommando? Das klingt ja schon fast rassistisch. Ähm. Ich meine natürlich Black Ops. Ähm. Hehe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh. Ja, wie gesagt, kein Englisch mehr. Ähm. Mein Bildschirm hat einen tollen Grafikeffekt drauf. Der nicht mal weggeht. Irgendwie. Ja. Es gibt nicht wirklich viel zu sagen. Außer, dass ich hier laufend tolles Tränengas abkriege. Und einfach alles, alles, alles weg, Noob-Klasse. Nein, ich habe Noob gesagt. Ähm. Alles, alles weg. Neuling, ähm. Äh. Neuling, äh. Auswahl. Neuling-Waffen-Fähigkeiten-Kombination-Auswahl. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist klasse. Waffen-Fähigkeit-Auswahl. Das ist eine schöne Übersetzung davon. Das gefällt mir. Ja, was ist das? Na. Da unten stehen sie halt. Die bewegen sich ja nicht. Mein Team bewegt sie übrigens auch nicht. Ja, was soll man da machen? Ihr habt es übrigens gleich geschafft. Das ist, äh, nicht mal lang. Nicht mal lang, wenn ich hier mal gucke. Ähm. Oh, scheiße. Oh je, das geht ja noch drei Minuten. Also machen wir dann hier drei Minuten. Das war total sinnlos. Ähm. Ja. Morgen, äh, fahre ich mir noch eine zweite Version Black Ops abholen. Da Express-Lieferung. Ja, bis, ähm. Nein. Nicht Black Ops. Ich hole mir, äh, schwarzes, schwarzes Einsatzkommando. Oh, das darf ich nicht sagen. Das wird, das wird, das wird, das wird hier verboten, indiziert. Sonst was, wenn ich schwarzes Einsatzkommando sage. Auch wenn ich damit Black Ops meine. Aber diese Wortkombination, das ist, das geht nicht. Ähm. Da wäre ich hier, wäre ich geflaggt. Äh, naja, wäre ich hier markiert auf, auf YouTube. Das, oh nein, äh, auf, auf, ähm, auf deine, deine Röhre werde ich markiert. Und, ähm, kann dann keine Videos mehr hochladen. Weil dann da steht, ich habe schwarzes Einsatzkommando gesagt. Und das wäre rassistisch. Obwohl ich es überhaupt nicht so meine. Ich weiß nicht, aber das hat er mich hier schön ge, äh, geschlagen, ähm, weggemacht. Und ich muss jetzt etwas offensiver spielen. Da die Zeit fast um ist. Und das, äh, da das Punkte, äh, Punkteziel immer noch nicht erreicht ist. Boah, ist das schwierig. Jetzt hier nochmal schön über Kim und Korn weggeschossen. Und jetzt hole ich mein Aufklärungsflugzeug, was es bei drei, ähm, bei einer Dreier-Tötungslinie, äh, gibt. Oh man, wie heißt das alles auf Deutsch? Ich weiß es doch gar nicht. Jetzt nochmal schön aus der Hüfte. Ach ja. Ich mache Schluss. Das Spiel ist eh fertig. Macht's gut. Tschüss. Ach so, und warte, bis das Video fertig ist. Da kommt jetzt gleich noch ein Bonus. Und irgendwie hat er sogar recht damit. Aber trotzdem, macht's gut. Tschüss. Schauf만fluga nervös. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020